Südafrika. Die Sonne blitzt. Die Fauna flitzt. Und Prominentgetrennte haben gute Laune. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, es wird ein guter Tag. Alle entspannt. Gute Stimmung. Mit kleinen Ausnahmen. Ich bin so traurig, ey. Hä, traurig? Ja, ich bin traurig. Wie soll ich das denn jetzt hier gleich hinkriegen? Hier wird gar nicht geredet. Ja, ja, ja. Okay. Leckgeschlagene Ex-Paare mit Sand im Getriebe. Ah! Wie soll das denn gehen? Ich checke es nicht! Es geht doch mal! Schieb weiter, schieb weiter! Ich schieb alles zu dir! Jetzt hör mir doch mal zu! So dumme Menschen! Zwei dumme Menschen haben sich gefunden! Prominente Getrennte. Verpiss dich! Schreib hier! Vom Arsch auf! Im Exkalationsmodus. Du hast doch die ganze Zeit gesagt, Markus reicht nicht aus. Wieder ich! Ich bin alles schuld! Sowas entsteht im Streit! Das kannst du nicht als logischer Treibersatz so sagen! Ach, im Streit entsteht das! Es kann einen ganz schönen Mega-Beef enden, wenn wir jetzt da nicht äh... Außerdem das nächste Gruppenspiel. Der erneute Kampf um den Kassenerhalt. Was bleibt von der Siegprämie übrig? Das tut so weh! Wissenslücken. Treffen auf Brückentücken. Der ist bei einer Ratsch auf. Also, die ersten Haber in der Iwo haben! showing. Das ist mit einer Ratsch auf. Deshalb ist es, dass die Ratsch, die Ratsch trock und die Ratsch, die Ratsch, die Ratsch wird. Vielen Dank.